Ja, ich mach heute noch ein Video, weil es so viel Platz gibt in dem neuen Meerschwerdien-Käfig. Die haben echt viel Platz, wirklich, die haben richtig viel Platz. Hier, 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 diese Länge ist 2 Meter viel oder 35, ne? Und die, und diese hier, 1 Meter, also die haben echt viel Platz und das für 5 Meerschwerdien. Ähm, ja, ich will mal, wie die spielen. So, ich glaub, den Gefäß, wenn sie sich so austoben können. Heute mache ich noch, sonst weiß ich mal ein Spiders-Video. Ja, ähm. Ach, du kleine Fremde. Schau, mir hat so viel Platz zum Toben. Das Männchen da. Das Männchen kann sich jetzt austoben, ja. Jetzt kann er sich, also, so viel Platz, da können ordentlich alle jagen. Ja. Das ist echt... Ja, jetzt. Das ist taktig. Mhm. Da müsste keiner Angst vorhaben, Schweinchen. Alter, soll jetzt ab fast 4 in dieses Häuschen passen. Also, die saßen schon alle 4 im Häuschen? Ja. Wenn es sein muss, ne? So ein Schweinchen gibt es auch nicht. Wenn es sein muss, dann geht auch alle 4. Ja, ja, hier. Da kann man den Eckdeckel auch öffnen. Da wurde ich manchmal zählen. War das alles? Ich hab doch mal ein paar Mal gemacht. Also nein. Ich hab schon gedacht, der ist ja schon sacht aus. Ach, jetzt sitzen alle da süß im Häuschen. Und zwar sind draußen. Mal wieder schlumpi. Ja, also. Ich glaub, denen gefällt es mit so viel Platz. Die haben noch nie so viel Platz gehabt. In einem Käfig. Aber ist vor Katze gesichert? Ja, eigentlich schon. Da kann es nicht sein. Nicht oben, nicht unten. Ja. Ich würd sagen, das war's mit dem Häuschen. Dann würd ich sagen, ciao und noch einen schönen Tag. Ja. Sag's doch. Ja, tschüssi Schweinchen. Gut. Ja. Ja.